Hey Johannes hier von NewGadgets.de und in diesem Video, da schaue ich mir das neue Samsung Galaxy S21 und seinen großen Bruder das Samsung Galaxy S21 Plus an. Also viel Spaß beim Zuschauen. Zuerst einmal müssen wir uns natürlich das Design anschauen, denn hier hat sich auf jeden Fall etwas getan. Das Galaxy S21 ist meiner Meinung nach deutlich eleganter gestaltet worden als sein Vorgänger. Also wir haben hier auf der Rückseite eine seidenmatte Oberfläche, was schon mal sehr schön ist, zieht die Fingerabdrücke nicht so sehr an. Und diese ist gepaart mit dem hervorgehobenen Kameramodul, das aber zum Teil in den Rahmen übergeht, der glänzt. Also das ist irgendwie schon sehr schick geworden, wie ich finde und wirkt einfach wirklich sehr elegant. Wir haben ja jetzt hier die pinke Variante mit dem Rosé Gold oder auch das Violette. Das sieht schon echt cool aus. Wenn wir es umdrehen, haben wir das Infinity-O Dynamic AMOLED. Infinity-O, weil wir ja hier die Frontkamera mittig in das Display eingelassen haben. Und das Galaxy S21 hat eine Diagonale von 6,2 Zoll und ist nicht an den Seiten gebogen, sondern komplett flach. Und das finde ich persönlich einfach schöner zu bedienen, muss ich sagen. Das Galaxy S21 Plus ist etwas größer und hat eine Diagonale von 6,7 Zoll. Und beide Displays haben eine Auflösung von Full HD Plus. Das sind dann 2400 x 1080 Pixel. Das ergibt beim S21 eine Pixeldichte von 421 ppi und beim S21 Plus eine Pixeldichte von 394 ppi. Das Display bietet adaptiv 60 oder bis zu 120 Hz. Dadurch werden die Bewegungen beim Scrollen einfach sehr, sehr flüssig. Das sieht einfach echt cool aus und es macht einfach Spaß, es zu bedienen. Ihr könnt in den Anzeigeeinstellungen auch wählen, ob ihr die Bildwiederholrate adaptiv, also zwischen 60 und 120 Hz haben möchtet oder unter Standard, also fest, mit 60 Hz lassen wollt. Ihr könnt ja im Hinterkopf behalten, dass die 60 Hz natürlich auch für eine längere Akkulaufzeit sorgen. Und mit bis zu 1300 Nits kann man das Display auch bei bestem Sonnenschein noch super ablesen. Es ist natürlich auch leistungsstärker geworden, denn hier kommt jetzt der neue Samsung Exynos 2100 SoC zum Einsatz. In den USA habt ihr alternativ dazu den Qualcomm Snapdragon 888, aber hier in Europa haben wir den Samsung Exynos 2100 und der wird im 5nm Fertigungsverfahren hergestellt und bietet dadurch mehr Leistung bei gleichzeitig geringerem Verbrauch als bei den Vorgängern. Acht Kerne haben wir mit bis zu 2,9 GHz und 8 GB Arbeitsspeicher stehen dem System zur Verfügung. Als Benutzer habt ihr dann die Wahl zwischen 128 oder 256 GB internen Speicher. Und wenn wir hier mal den SIM-Kartenhalter rausholen, dann seht ihr, haben wir nur Platz für 2 SIM-Karten. Eine Speicherkarte, also eine MicroSD-Karte, um den Speicher zu erweitern, ist leider nicht nutzbar. Ihr müsst euch also schon beim Kauf Gedanken machen, was ihr mit dem Smartphone alles machen möchtet, ob ihr da viele Games drauf packen wollt oder Videos. Und dann müsst ihr euch entscheiden, ob ihr 128 oder 256 GB nehmt. Also für die meisten wird 128 GB natürlich vollkommen ausreichen, aber die Hardcore-User, die da alle Videos drauf packen, viele High-End-Games, die sollten dann vielleicht zu 256 GB Speicher greifen. Natürlich unterstützen auch alle Galaxy S21-Modelle 5G und LTE. Dazu kommt dann noch WLAN 6, Bluetooth 5.0, NFC und natürlich USB-C. Übrigens ist im Lieferumfang kein USB-Netzteil und kein Kopfhörer vorhanden, nur ein USB-C zu USB-C-Kabel. Die meisten von euch werden damit wahrscheinlich kein Problem haben, denn irgendwo im Haus fliegt natürlich immer irgendwo ein Netzteil rum und ihr habt wahrscheinlich auch noch ein USB-A zu USB-C-Kabel herumfliegen. Also wenn ich jetzt ein Game zocke oder hier ein Video schaue, dann fällt mir schon positiv auf, dass das Display jetzt plan ist und nicht mehr an den Seiten abgerundet. Ich finde das einfach besser, da wir dann nicht mehr so viele Fehleingaben an den Rändern haben. Das ist mir öfter mal passiert und das war dann schon ein bisschen ärgerlich und da finde ich ein planes Display doch deutlich besser. Wir haben eine gute Leistung, wir haben gute Kameras und das Ganze braucht natürlich auch Strom. Und das S21, das hat einen 4000 mAh Akku und das S21 Plus hat ein bisschen mehr, nämlich 4800 mAh. Das sollte euch gut durch den Tag bringen und wenn ihr dann mal aufladen möchtet, dann geht das eigentlich auch relativ schnell und zwar mit 25 Watt. Da könnt ihr die Smartphones schnell aufladen. Natürlich hätte ich mir hier auch ein bisschen schnelleres Aufladen gewünscht. Andere Hersteller bieten da schon deutlich mehr Watt an, aber 25 Watt sollte sicherlich den meisten auch ausreichen. Vielleicht kommt ja in der nächsten Generation ein bisschen mehr. Ihr könnt die Phones aber auch natürlich induktiv aufladen, was ich persönlich immer mache. Kurz vor dem Schlafen gehen, habe ich so ein Ladepad neben dem Bett und lege das Phone einfach drauf und dann lädt es die Nacht über gemütlich durch. Und das ist halt schon sehr praktisch. Ja und werfen wir jetzt mal einen Blick auf die verbauten Kameras, die übrigens beim S21 und S21 Plus identisch sind. Wir haben einmal die Frontkamera, die bietet euch einen Weitwinkel von 10 Megapixel und einer Blende von 2,2. Die Hauptkamera auf der Rückseite, die bietet euch drei Objektive. Einmal 12 Megapixel Weitwinkel mit einer Blende von 1,8. 12 Megapixel Ultraweitwinkel mit einer Blende von 2,2. Und 64 Megapixel dreifach optischer Zoom mit einer Blende von 2,0. Ihr könnt auch Videos mit einer Auflösung bis zu 8K aufnehmen. Das lohnt sich aber wahrscheinlich nur, wenn ihr auch einen 8K Fernseher zu Hause habt. Denn ansonsten sollten euch die 4K mit 60 FPS auch vollkommen ausreichen. Wir können hier auch noch eine Videostabilisierung einschalten und wie ihr hier sehen könnt, wird das Bild hier wirklich schön stabilisiert. Und ich wackele richtig mit der Kamera und ihr seht das im fertigen Video eigentlich kaum. Also wenn ihr unterwegs seid und freihändig filmt, dann würde ich auf jeden Fall die Stabilisierung aktivieren. Denn dadurch wird das Video am Ende wirklich schön smooth. Das Betriebssystem bei den Phones ist Android 11 und dazu kommt noch die Samsung One UI 3.1 Benutzeroberfläche. Und zusätzlich dazu noch die Sicherheitslösung Samsung Knox 3.7. Und wenn wir schon mal bei der Sicherheit sind, zur Authentifizierung könnt ihr entweder die Gesichtserkennung nutzen oder den Ultraschall-Fingerabdruckscanner, der sich unter dem Display befindet. Für guten Sound ist auch gesorgt. Wir haben hier Stereo-Lautsprecher, die von AKG kommen und einen Surround-Sound mit Dolby Atmos. Wie vorhin schon erwähnt, ich finde das Design der Galaxy S21 Serie jetzt wirklich sehr gelungen. Also vor allem hier, wie das Kameramodul jetzt integriert wurde. Das sah vorher immer so ein bisschen lost aus. Jetzt ist es hier wirklich schön in den Rahmen integriert. Geht so ein bisschen nahtlos darin über, so ein fließender Übergang. Das finde ich wirklich schön. Und was mir auch gefällt, die Kamera steht nicht so sehr ab. Also sie steht schon noch ein bisschen ab. Das Phone kippelt noch ein bisschen, aber es ist nicht mehr so schlimm. Und ich finde, insgesamt ist das ein wirklich sehr schönes Design, was Samsung hier hat mit dem Matten und hier dem glänzenden Rahmen. Also das ist wirklich sehr schick. Der Marktstart für die S21 Serie ist am 29. Januar. Bis dahin könnt ihr das Smartphone vorbestellen. Und Samsung hat auch wieder eine Vorbestelleraktion am Start. Weitere Informationen dazu findet ihr unten in meinem Artikel zum S21. Habe ich natürlich in der Videobeschreibung nochmal für euch verlinkt. Da gibt es für Vorbesteller auf jeden Fall sehr coole kostenlose Zugaben. Das Galaxy S21 wird in vier Farben auf den Markt kommen. Wir haben da einmal Phantom Grey, Phantom White, Phantom Pink, was ihr jetzt hier gesehen habt, und Phantom Violet. Preislich geht es ab 849 Euro los für 128 GB. Wer 256 GB haben möchte, zahlt 899 Euro UVP. Das S21 Plus kommt in drei Farben. Phantom Black, Phantom Silver und Phantom Violet, was ihr jetzt hier im Video gesehen habt. Es startet bei 1049 Euro. Und auch hier zahlt ihr dann 50 Euro mehr, also 1099 Euro, wenn ihr 256 GB speichern möchtet. Falls ihr Interesse an den Smartphones habt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung die aktuellen Preise und die Verfügbarkeiten. Und falls ihr irgendwelche Fragen zu den Smartphones habt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr sie unten stellt. Denn dann kann ich sie für euch so schnell wie möglich beantworten. Und mich würde natürlich interessieren, was ihr vom neuen Samsung Galaxy S21 und dem S21 Plus haltet. Schreibt es unten in die Kommentare, da können wir ein bisschen drüber diskutieren. Findet ihr das Design auch so cool wie ich oder sagt ihr, okay, das ist jetzt nicht wirklich was Besonderes. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, und es gab ja nicht nur das S21 und das S21 Plus. Samsung hat auf seinem Unpacked ja auch noch hier das S21 Ultra vorgestellt. Das Top-Smartphone der Reihe mit vier Kameras, mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und einem riesigen Display. Das Smartphone, das habe ich mir in einem separaten Video angeschaut. Das wird jetzt hier eingeblendet und ihr findet auch unten in der Videobeschreibung einen Link zu dem Video. Schaut euch das gerne auch nochmal an. Und das hier sind die drei neuen Smartphones der Galaxy S21 Serie. Und ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst und meinen Kanal abonniert und die Glocke anklickt, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.